Wie haben wir das denn hier? Zwei hoch, zwei hoch, zwei hoch, zwei hoch, der kann weg, der kann, der muss weg, endlich, zwei, gut, dann brauchen wir auf jeden Fall noch, machen wir mal so einfach, besser zu viel als zu wenig, und Holzbretter, so, Erde, die Erde kann ruhig da weg bleiben, brauchen wir eh nicht, oh, das kann bleiben, schon hier hoch, auf jeden Fall so, dass wir dann da drüber sind, ich muss gerade überlegen, wie ich das dann auch von innen mache, weil ich will auf jeden Fall bei meinem Pflastersteinboden bleiben, weswegen, ich baue erstmal hoch, der da hin, das muss ich sowieso aufkloppen, ich kann nicht das komplette Zeug hier wegkloppen, oh, 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 da hätte ich noch einiges machen müssen, glaube ich, so, erstmal das hier, dann den hier, und, 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 dann kann ich das so, so, so und so, Ja, 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 das geht so. Das ist so in Ordnung, das kann man machen. Dann machen wir mal kurz die restlichen Holzbretter. Damit wir uns hier eine Wand hochmachen können. Wegen Fenster muss ich da nochmal gucken. Mal nachdenken. Den könnte ich eigentlich rausreißen, weil wir den eh nicht brauchen. So. Auf jeden Fall brauche ich da noch eine Decke am besten. Damit ihr auch weiß, wie hoch die Wände sein müssen. Den kann ich rausbohren. 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 Da kann auf jeden Fall so einer hin. So. Also was auf jeden Fall schon mal fest steht, das ist dann klar. Ähm, haben wir noch ein paar Pflastersteine. Ach ja, ich wollte ja noch ein paar Pflastersteine einschmelzen lassen. Kann ich ja gleich mal machen. Pflasterstein. Oh, Fleisch. Auch gut. Pflasterstein. Dann kommen hier so 32 Kohle. Glas? Wieso habe ich da noch Glas? Hm. Einmal Eisenerz, dann gut. Ach ja, ihr wollt ja noch. Seid es mal? Ah, haben wir. Haben wir. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Ähm. Ähm. Hm, hm, hm. Hm? Hm, 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 hm. Auf jeden Fall Pflastersteine kann ich ja hier schon mal hoch. Dann gehe ich mal besser da rein weiter. Warte mal. Zwei, einer. Höher. Dort. Zweiter, einen höher. Zweiter. Huch. Oh. Ähm, so. Einen höher. Zweiter. Ein NÖR. Oder? Zwei, 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 zwei. Ja. Und dann nochmal einen höher. Warte mal, das sind ja jetzt zwei. Wie gesagt, einen höher dann nochmal. Mal. Da. Zwei. Ähm. An sich habe ich dann das bis hier hin. Ach komm, weißt du was? So. Gehen wir dann bis hier hoch. Machen wir dann hier die Aussichtsplattform. Machen wir einen schönen Blick noch auf, äh. Aufs, 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 auf unser Feld da. Joa, das kann man machen. Das ist gut, das ist gut. Dann machen wir hier nochmal provisorisch zu. Machen wir mal mit Sand. Damit keine Monster hier irgendwie reinkommen und uns stören und, äh, am Rumpöbeln sind. Nee, dat wollen wir ja nisch. Bekanntlich zumindest. Det heist, det heist, det heist. Da nochmal. Und nochmal zwei stüfelische brauche. Gut, 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 gut. So. Ich kann von vornherein drei machen. Nein, egal. So. Da und da. Und dann ist dann hier der Ausgang. Das ist gut. Dann machen wir eins, zwei, drei. Und da ist dann die Decke. Zwei, einer höher, zweiter. Einer höher, zweiter. Einer höher, zweiter. So, und hier ist, ab hier ist dann egal. Dann werden wir nur noch Holz brauchen. Aber jetzt wissen wir, wie hoch die Decke jeweils ist. Können wir dann gleich alles hochbauen. Wo muss man denn, hier muss man anfangen. Zu so einer Musik kann man doch arbeiten. Oh komm, die kann man, diese paar, die dann unter die Erde fallen. Zum Beispiel der da. Die kann man drinnen lassen. Die werden wahrscheinlich, hier kommt dann sowieso noch eine Außenbekleidung nach oben. Das ist ja klar. Ähm. Ach, guck mal, wo ist noch ein Teil. So hin. Jetzt erstmal nur für innen. Ich gucke, ich gehe da gleich mal rausschauen, wie bescheuert das dann wahrscheinlich aussieht. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Aber na gut. Und noch einen höher. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Na, komm schon. Holzreiche. Ähm. Da. Drei. Eins, zwei, drei. Drei. Blub. Hier kommt dann der Übergang zur Plattform. Obwohl ich es eigentlich hätte anders machen sollen. Nee, 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 Moment. Das hier auch, das. Das soll ja an sich so eine Rundumplattform sein. Und nicht einfach so ein Treppenhaus und dann kann man. Obwohl andererseits könnte ich daraus eine Terrasse machen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich überlege auch, wie ich dann später Fenster reinhaue vielleicht. Oh, das soll eigentlich kein Problem. Fenster dürften eigentlich kein Problem sein. Ähm. Möge ich das dann echt, dass ich einfach mal rundherum. So eine, was weiß ich. Zwei, zwei, äh. Zwei breit oder so. Und dann. Auf jeden Fall wollte ich das mit Panorama möglichst machen. Dass man einmal wirklich, dass man nur wirklich rundherum gucken kann. Das Problem ist, dass das dann richtig dick eigentlich. Dass das dann. Das da sozusagen. Mal rumlaufen. Das ist die Außenwand. Und dann nochmal da. Scheiße. Das ist doch eigentlich nur bescheuert, was ich mache. Meine bescheuerte Idee auch mit der Außenfassade. Sich von innen halt so. So. Hm. Wenn ich das dann hier machen will. Müsste ich praktisch von. Nee, ich habe eine neue Idee. Ach, da kann da irgendwo bleiben. Das muss man. Neue Idee. Das heißt, dass ich. Das würde dann bestimmt richtig. Krank aussehen. Einfach nur. so, 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 so. Hm. Hm. Den hätte ich, wenn ich... Ach nee, der ist egal. So. So. Dann wirklich einmal hier rundherum. Das dann baue. Einschließlich. Dem hier. Alles, was da drüber ist. Oh nee, das kann man hier weglassen. Das ist die letzte Stufe. Und dann kann man, kann man da runter. Nee, kann man nicht. Und dann den hier. Ja, das ist doch wiederum eine andere. Also zumindest eine andere Idee. So, dann kann das hier ganz, das Ganze hier weg. Ich plätt erstmal alles nur auf diese Ebene. So. Das ist auch noch eine Menge. Gelumpe. Hoppala. So. Was soll denn? Ich lasse den hier. Oh. Naja. Ähm. Was soll denn? Ich lasse den hier. Machen Geländer drumherum. Das ist auch dumm, dass das so eine Wendeltreppe ist. Eins, zwei. Oh. Da ist immer ein bisschen drumherum. Wir würden dann eh gleich nochmal runtergehen müssen. Neues Zeug holen. Nein. So. Schade. Hätte ja vielleicht einen Apfel gegeben. Ah. Okay. Dann jetzt runterjumpen. Hu. Au. So. Hier nochmal schon ein Pflastersteinchen. Hihi. Hier liegt nichts mehr. Dann runtergehen. Wir haben jetzt relativ genug Pflastersteine. Ich hätte da vielleicht doch. Ach komm. Wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich ja schon weitermachen. Gleichzeitig ein paar weitere Steinchen abkloppen. Hihihi. Habe ich Erde dabei? Na toll. Natürlich nicht so wirklich. Hier habe ich nur noch zwei. Komm. Nehmen wir dann noch ein bisschen Erde mit. Kann ja auch nicht schaden. Sowieso halt Multifunktionstool. Runter. Ähm. Das Zeug und Steine. Werde ich wenigstens ein paar davon los. Ist sicher. Ist sicher. Hoch, 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 hoch. Immer schön Treppen rauf. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppen rauf. Ich bin unterwegs eigentlich auch ein paar Fackeln. Da lassen.